Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. So, ich habe jetzt mal wieder was getrunken und bin wieder ein bisschen motivierter als in der letzten Folge, hoffe ich zumindest. Ja, ist das irgendwie gerade, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie so scheiße gewesen. Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. So, Eisvulkangalaxy oder Sandinsel? Äh, Eisvulkan, komm. Da haben wir zwar schon zwei Sachen, aber egal. Ein Komet haben wir da schon. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was war denn das? Ach, ich glaube ich weiß was. Ach, keine Ahnung. Das war doch der Überholung in Schatten. Ach, das war das. Ach. Okay, Lavaweg im Land des Eises. Gut. Okay. Ich muss das Mikro noch ein Stück näher ranrücken hier. Das ist echt, äh, unglaublich. So, okay, gut. Dum, dum, dum. Das kommt mir auch so bekannt vor, verdammt. So, warte, warte, warte. Ich muss einfach nur... Ja, genau so. Einfach nur vor allem. Jetzt schnittert er die ganze Zeit, so ein Mist. Einfach nur die Teile hier einsammeln, so. Total einfach. Vor allem schnittert er immer dran vorbei, wenn er die kaputt macht. Ganz komisch. Den Gumba mach ich mal nicht. Den brauch ich nicht. So. Könnte man jetzt auch unten eine Münze holen und sich wehtun am Gumba, weiß ich nicht. Komm ganz drauf an. Wow. Ach, ich weiß, ich weiß jetzt wieder, was das mit dem Dings war. So eine Münze, halt. Ich krieg die Münze gar nicht. Jetzt will ich wissen, was das mit der Münze ist. Komm. Ach, Stellteile überall. Und da unten ist auch der Letzte. Links halt. So. Warum kann ich jetzt noch die letzten Sternteile da einsammeln irgendwie? Ja, ach komm. Ich hab jetzt nicht alle, ist ja auch egal. Okay. So geht's auch. Okay. Und flieg, Mario, flieg. In den Vulkan. Natürlich. Gerade erst gefroren und jetzt schon wieder ein bisschen warm. So leicht. Irgendwie flackert hier alles. Aber es muss wahrscheinlich so. Da hinten ist ein Fragezeichenblock, den hole ich mir mal nicht. So. Kann man die eigentlich irgendwie kaputt machen? Die sehen auch so pushlich aus, ey. Diese Stachelfiecher. Irgendwie. Oh. Was ist denn eine Life Extension? Ich muss nach oben? Warte mal. Ich muss nach oben, ja. Aber wie? Hier steht zumindest ein Pfeil, dass ich nach oben muss. Ne, ich kann hier hoch. Hä? Okay, einfach hier rüber und dann geht das bestimmt nach. Das versinkt natürlich. Natürlich versinkt das. Oder? Ja. Oder? Ne, versinkt das? Doch, ein bisschen. Doch, es versinkt tatsächlich. So, okay. Eine Fragezeichenmünze. Ah, eine Feuerblume. Warte mal. Das ist bestimmt für irgendwas nützlich, sonst wäre die nicht da. Aua. Mann. Bestimmt irgendwie Kisten oder so kaputt zu machen. Wobei, ich glaube, die kriegt man auch so kaputt. Hallo? Ach. Eine Eisblume hatten wir jetzt schon. Jetzt kommt eine Feuerblume hier. Ach, ich muss die anzünden. Okay, dann öffnet sich das Gitter. Äh, das habt ihr bei Zelda kopiert, ey. Die Fackeln anzünden, um Gitter zu öffnen. Echt mal. Komplett von Zelda geklaut. Total. Ne, weiß ich nicht. Ähm. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Wie lange ich schon wieder spiele. Ach, keine Ahnung. So. Jetzt schon wieder, Alter. Schon wieder halb... Ne, fünf vor halb zwölf schon wieder. Wie schnell die Zeit vergeht, ey. Da kommen Sternteile. Nehmen wir auch nochmal mit hier. So, und dann müssen wir nochmal zurück. Und uns nochmal die Feuerblume holen, um hier ein bisschen was abzufackeln. So, ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich da vorne hingegangen bin. Keine Ahnung. Muss ja eigentlich hier vorne hin. Also da hinten muss ich hin. Da war ja auch noch eine Fackel. Es brennt. Oh mein Gott. So, du gehst auch nochmal kaputt. Dann kriege ich ja auch nochmal ein paar Sternteile. So. Hinauf mit dir, Mario. Wow. Ah. Hehe. Okay. Okay, alles über Kopf hier. Oder sich einfach mal komplett gedreht. Okay. Natürlich. Wow. Das... Apropos drehen. Äh, ja. Ach Gott. So, Frage zwischen Block. Na toll. Sternteile. Wow. Spreng. So. Okay, hier. Rollen die... Ach, du Scheiße. What the fuck. Ja, das hört ja gar nicht auf. Was ist denn das? Dann nehmen wir mal... Jetzt hört es ein bisschen auf. Egal. So, wir nehmen mal das hier und... Wir brauchen das Feuer-Mario-Dings. Was ist denn das? Oder? Warte mal. Ne, wir kommen hier irgendwie rum, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich sehe es ja jetzt hier so schlecht. Natürlich kommen wir hier irgendwie rum und... Hier ist dann... Da unten ist die Fragezeichen-Münze. Okay. Alter. Genau. Eine Wand aus Lava ist logisch. Was denn sonst? Hä? Mist. Habe ich nicht gekriegt, das extra live. Aber... Ähm... Frage mich, wie ich das denn anzünden soll. Ganz komisch. Aua. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Aua, aua, aua. So. Okay. Äh, wie zünde ich das an? Die Fackel da. Sag mir nicht, ich muss zurücklaufen und die Feuerblume bis nach jen... Ah, nee, hier ist eine. Ach Gott. So, erstmal die ganzen Sternteile hier mitnehmen. Aua. Hey. Ich brenne doch, wie kannst du mich denn treffen? Wie viele Sterne halt es hier auch gibt, das ist ja unglaublich. Wir haben schon 113, ey. Geht so schnell. Einfach. So. Vor allem hier auch. Wir machen mal die Fackel an hier. So, Fackel an. Und jetzt? Hä, das war doch die Fackel. Da ist ja gar nichts passiert. Was ist das denn? Hä, sind da noch mehr Fackeln? Okay, au. Mann. Ist irgendwo eine Münze drin? Ich könnte eine Münze... Da ist eine Münze drin und da rollt natürlich der Typ wieder hin. Ah, jetzt haben wir sie. Gut. Hä? Ach, dahinten ist noch eine Fackel. Ich... Ja, okay. Aber da muss man ja auch erst mal hinkommen. Ach so. Ach, das prallt natürlich. Prallt das Feuer an der Lava ab. Ist ja klar. Äh, okay. Springen, 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 springen. Äh, was? Okay. Komplett verwirrend. Aber okay. Halt, ist hier noch was? Nee. Nix. Gut. Das hier dreht sich bestimmt. War ja klar. Was denn auch sonst? Und das hier ebenfalls. Ja, so zum Beispiel. Funktioniert es nicht. Warte. Jetzt. So, ich möchte gerne hier hoch. Hallo, Mario. Warum dreht sich das denn jetzt nicht zurück? Na jetzt. Geht doch. So, okay. Das hier versinkt bestimmt auch. Ich renne lieber erst mal. Okay, nee. Das versinkt doch nicht. Jetzt sind hier noch so Feuerviecher. Ih. Haut ab von mir. Haut ab von mir. Nee, nicht die Haut ab von mir. So. Sondern die sollen weglaufen. Also wegbleiben. Halt einfach so. Ich sehe schon einen Stern. Das gibt es ja nicht. Warte, 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 warte. Ich brauche nämlich die Feuerblume hier wahrscheinlich wieder. Kann ich eigentlich die Feuerviecher mit Feuer töten? Nee. Geht nicht. Nee. Ich kann mich auch nicht richtig hindrehen hier. Dreh dich doch mal so, dass du da... Nein, so nicht. Ach, Mann. Ich dachte, der trifft hier irgendwie. Aber nee, keine Chance. Toll, eine Münze. Die brauche ich jetzt auch. Aua. Weißt du, ich bin Feuer Mario. Ich brenne. Aber sobald mich so ein Feuervieh trifft, bin ich gleich am Arsch. Nee, das kommt gerade nicht... Hä? Wie soll denn das gehen? Aua, Mann. Noch eine Münze. So. Jetzt frage ich mich echt. Wie soll man das denn treffen? Ah, so. Okay. Mal sehen, ob ich auch das hier treffe. Wieso nicht? Doch, ich... Äh, das hat er... Das hat ja getroffen. Was ist das denn? Ah, okay. Und dann habe ich auch gleich einen Weg dahin. Gut. Indem ich auf diese Dinger hier drauf springe. Na, ganz toll. Und dann hier drauf. Wow. Und jetzt zum Stern. Bloß dahin. So. Wow. Huh. Okay. Sterne halten. Hey. So. Wunderbar. Ja, toll. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, um noch einen Stern zu machen eigentlich in den 15 Minuten. Das ist ja doof. Aber es sind jetzt bestimmt nur 12 oder 13 Minuten. Ich will jetzt auch nicht 13 Minuten machen. Was mache ich denn jetzt noch? Oh, ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Warte, warte, warte. Wo war die jetzt? Ich habe gar nicht geguckt. Speichern erstmal. Ich glaube, die war sogar hier. Nee. Nee, hier habe ich ja schon alle, oder? Ohne, ich kraxel. Ja, hier habe ich schon alle. Okay, zurück. Denn war die neue Galaxie ja bestimmt. Kann ich eigentlich schon irgendeinen Luma füttern hier? Ist hier noch ein Gemäld Luma? Nee, der, der will nicht mehr, glaube ich. Den hatten wir schon gefüttert. Schlafzimmer, Maschinenraum, warte. Ach so. Ich laufe jetzt einfach mal hoch. Wo war denn das neue? Warte. Ich gucke jetzt einfach mal hier auf der Karte, wo noch was ist, was ich noch machen kann. So. Ich weiß gar nicht, sieht man hier überhaupt was? Bin mir unsicher. Ja, hier ist die Karte. Okay. So, Stern, Sternstaubgalaxie, Kampfhelsengalaxie. Hier sind überall schon, hier sind noch nicht mal, nee. Hier sind noch nicht alle komplett. Hier sind nur zwei komplett. Hier sind generell noch nicht alle komplett. Hier ist, hier haben wir was Neues entdeckt. Okay. Ich gehe mal in den Maschinenraum. So. Mal gucken, ob da was dabei ist, was man in ein paar Minuten machen kann. Oder zumindest schon mal hinlaufen, weißt du? Sonst ist ja auch doof. Nee, wann hatte ich denn angefangen? Jetzt bin ich mir auch unsicher. Ähm. Na, kann ja auch mal sein, dass er mal ein bisschen kürzer wird, der Part. Ich meine, wir hatten ja auch schon sehr viele lange. Ich habe mich schon wieder verlaufen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss hier hoch. Na, ganz toll, so. Das One-Up könnte ich mir auch mitnehmen, will ich jetzt aber auch gar nicht. Ich sterbe eh wieder und dann... Ja. Ganz toll. Daneben gefallen. Ach, Mann. Okay, hinauf und jetzt in die Maschinenraum rein und dann, äh, würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, ich hoffe, das sind jetzt 15 Minuten. Wenn nicht, dann ist ja auch egal. Mein Gott. Okay, oder? Ich auch könnte hinhauen eigentlich. Ja, doch könnte irgendwie hinkommen. So, wenn's euch gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren, gut, bewerten. Wenn nicht, dann nicht. Ich zwinge ja keinen. So, äh, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir denn hier hingehen. Und mal gucken, was da für eine Galaxie ist. Bis dahin sage ich mal Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020